Es ist dem Feind belungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier Spargen sind mein Befehl, so wie das Meisten! Oh, meinst du das, Alter, Dettung? Dann bin ich derart mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, niederprechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt Feiglinge! Verheilter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Günderlandeck ist ein geschmolzenes deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärmalationen nur behindert! Es hat mit denen nur effektive Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein das beste Geld, ganz Europa erobert!